Und dazu spreche ich jetzt mit Prof. Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft. Guten Abend nach Berlin. Guten Abend, Herr Fust. Wir haben gerade die verschiedenen Optionen gehört. Politisch scheint da viel verbaut zu sein. Ist die Ampelkoalition finanzpolitisch in der Sackgasse? Wenn sich das alleine lösen muss, ist das eine ziemliche Sackgasse ohne Rückwärtsgang. Denn man hat bei der Koalitionsvertragsverhandlung damals gedacht, man hat einen einfachen Ausweg zwischen den verschiedenen Bedingungen, Schuldenbremse soll gelten, keine Steuererhöhungen, aber große Investitionen in die Klimatransformation. Das ist ja alles irgendwie für sich richtig. Aber mit dieser Schuldenbremse so nicht zu machen. Und insofern ist eine Notlagenerklärung für dieses, über das nächste Jahr, eine auch sehr wackelige Geschichte. Auch das ist heute bei der Anhörung deutlich geworden. Sie muss klug begründet werden und auch sachlich in dem Jahr einen Anker haben, damit dann entsprechend auch Kredite dafür aufgenommen werden könnten. Und am einfachsten wäre es, wir würden mit der Opposition zusammen einen Weg finden, der das Sondervermögen Klima- und Transformationsfonds so behandelt wie das Bundeswehrsondervermögen. Das wäre eine saubere Lösung und würde auch Klarheit schaffen. Ich will die Notlage noch mal aufgreifen. Sie sagen eine wackelige Sache. Würden Sie trotzdem raten, die so gut wie möglich zu formulieren und zu probieren? Das kann man machen. Für dieses Jahr beispielsweise würde es aber auch nur beim Wirtschaftsstabilisierungsfonds helfen, der ja eine Begründung in der Energiekrise hat. Das kann man weiter argumentieren. Das gilt auch für dieses Jahr. Aber der Blick auf den Klima- und Transformationsfonds ist damit noch nicht eröffnet. Man müsste dann für das neue Jahr 2024 eine solche Notlage festsetzen. Die müsste Begründung haben von einer wirtschaftlichen Schwäche und einer Unvorhersehbarkeit im Jahre 2024, um daraufhin dann krisenbedingt Kreditmöglichkeiten zu haben, um das alles zu finanzieren, was man jetzt dann nicht mehr finanzieren kann. Insofern wäre es eher ein Durchwurschteln und wäre der Situation geschuldet, dass die Regierung hier alleine handeln will. Sie haben heute den Bundestag beraten, nominiert von den Grünen. Haben Sie da gesagt, die Steuern rauf oder die Ausgaben runter? Weder das eine noch das andere in dieser simplen Form. Für Steuererhöhungen haben wir kein Umfeld. Das haben alle Ökonomenkollegen in der Runde gleichermaßen gesagt. Wir haben eine Investitionsschwäche in der deutschen Wirtschaft. Die Industrie ist seit 2018 in einer rezessiven Entwicklung. Von daher wäre das geradezu der letzte Sargnagel für die Konjunktur, wenn wir das jetzt machten. Es werden überdies die getroffen, die als Investoren jetzt besonders schon mal verunsichert sind, weil viele Möglichkeiten sich nicht mehr so ergeben, wie es ursprünglich gedacht war. Ausgaben runter ist immer schnell gesagt. Das muss man in einzelnen Dingen prüfen. Aber letztlich müssen wir große Beträge mobilisieren, die aus dem normalen Haushalt mal eben 60 Milliarden oder mehr, Sie haben die Größenordnung ja angesprochen, scheint mir bei allen politischen Willen nicht möglich, scheint mir aber auch von der Sache her nicht begründet. Das würde ja bedeuten, dass alles, was im Haushalt steht, oder vieles jedenfalls, außer auch nicht fragwürdig ist. Das kann man bei einzelnen Dingen immer diskutieren. In der Summe wird man die Mittel so nicht zurechtbekommen. Sicher ist ja, das sagt die Bundesregierung auch selbst. Jeder weitere Tag ohne Plan bringt mehr Unsicherheit. Wie groß wird der Schaden für unsere Wirtschaft? Der kann richtig groß werden. Denn ich hatte schon erwähnt, wir sind schon in einer Investitionskrise. Wir sehen, als die deutsche Wirtschaft in einer Stagnation festhängt. Und der Sachverständigenrat hat vor drei Wochen in seinem Jahresgutachten ja deutlich gemacht, dass die vor uns liegenden Jahre auch nur ein Wachstum von einem knappen halben Prozentpunkt in sich tragen, aufgrund der Alterung, aufgrund der auch geringen Kapitalqualität, die wir in diesem Land haben. Wir haben hohe Investitionsbedarfe. Die Infrastruktur ist zum Teil verschlissen. Und wenn jetzt obendrauf noch A, klar wird, das wird nichts mit den Investitionen in die Infrastruktur. Und B, der Rahmen für die Transformation wird nicht verlässlich sein. Dann werden die Investoren diesen Standort deutlich schlechter bewerten. Und dann werden wir wahrscheinlich auch nächstes Jahr mit einer Schrumpfung zu leben haben. Dann sind das sehr verhärtete Situationen. Die Investitionskrise neigt dazu, sehr hartleibig und länger zu wirken. Herr Hüther, schauen wir noch auf den Haushalt fürs kommende Jahr. Juristen befürchten ja, dass der verfassungsrechtlich nicht standhielte. Meinen Sie trotzdem erst mal versuchen? Also, wenn man keinen gemeinsamen Ansatz mit der Opposition findet, wie eben angedeutet, für eine Verankerung im Grundgesetz des KTF, das würde ja viel auch rausnehmen an Problematik für den Haushalt 2024, dann wird das wahrscheinlich so nicht zu halten sein. Dann wird man neu überlegen müssen, wie man all die Aufgaben, die ja wichtig sind, die ja auch auf einem Verfassungsgerichtsurteil beruhen, nämlich zum Klimaschutzgesetz, wie man die möglich macht. Insofern ist dieser Haushalt auf sehr wackeligen Beinen, wenn man den jetzt durchziehen würde. Da gab es heute keine ganz eindeutige Meinung der Verfassungsjuristen in der Anhörung, aber doch ein deutlicher Hinweis darauf, dass das jedenfalls so schlicht nicht durchgehen kann. Sie haben eben zu Beginn gesagt, die Bundesregierung, wenn sie alleine handelt und handeln muss, ist ja sehr begrenzt in dem, was politisch geht. Was verlangen Sie, was fordern Sie von der Opposition? Welche Rolle sehen Sie da momentan? Nun, die Opposition steht ja, wenn sie irgendwann mal, was jede Opposition hofft an der Regierung, ist vor der gleichen Frage, wie sie die großen Aufgaben der Klimatransformation, die in erheblichem Maße den Staat fordern. Denn erst dann kommen die privaten Investitionen richtig in Gang, wie sie das finanzieren und organisieren kann. Da kann man ja über ein paar andere Dinge reden. Aber im Grundsatz geht es um die Fragen, die im Klima- und Transformationsfonds enthalten sind. Also wird man zu überlegen haben, kann ich einen solchen Fonds in die Verfassung einbauen? Ist das nicht eine wirklich bessere Idee? Und gleichzeitig zu fragen, ob eine Investitionsklausel in einer reformierten Schuldenbremse einen Platz haben könnte, sich der Diskussion zu entziehen, löst keine Probleme. Denn die Fragen sind einfach auf dem Tisch. Und dass wir jetzt da sind, wo wir sind, hat auch damit zu tun, dass wir die Regierungsparteien, als sie 2021 zusammenkamen, nicht die Kraft hatten, über eine solche substanzielle Reform auch nachzudenken. Es geht nicht um Abschaffen, aber es geht um das Lernen an veränderten Voraussetzungen, auch für die Schuldenbremse. Danke für diese Einschätzungen. Nach Berlin, Michael Hüther, Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft. Sehr gerne.